Namaste, für die Wünsche von vielen Menschen zu erklären etwas über Kristallen. Sie wissen in Prana Heilung wie am Prana 1 der Grundkurs mit die Türen offenen zur Energiewelt, wie muss man selber helfen kann, wie muss umgehen kann. Und dann wie am Prana 2, Farben produzieren mit unseren eigenen Händen, unsere Chakren zu aktivieren, überaktive Chakren zu kleiner machen und schwere Krankheiten ergänzen kann mit anderen Therapien, mit so vielen höheren Techniken. Aber die Faszinierende kommt jetzt. Die Faszinierende ist ein Instrument, das ist der Kristall. Ein Kristall beschleunigt die Heilung. Das fasziniert mich immer, wenn Grandmaster das erste Mal das Kristallbuch in meine Hand gegeben. Ich war fasziniert. Das erste Kristall habe ich in meine Lehre gekriegt. Ich habe gesagt, wow. Das hat so viele Einflüsse an der Heilung. Der Heilung ist mehr effizient hier. Er kann sehr, sehr tief reingehen. Die alten Muster gespeichert kann sie rausnehmen mit Kristall. Und er kann sehr schnell reinigen, effektiv reinigen. Warum? Der Kristall unterstützt da, aktiviert eigene Chakren. Ein tolles, faszinierendes Seminar. Und gleichzeitig, der Vorteil hier ist, der Heil hat viel mehr Energie als vorher. Weil er benutzt den Aktivator und den Laser-Kristall. So, es gibt viel mehr Konzepte über Kristall und auch über die Steine, Auflegesteine auf dem Körper zu hinlegen, gegen Stress, gegen verschiedene Sachen, wo in weniger als Viertelstunde du bist in innerer Harmonie. Ein tolles, faszinierendes Seminar, zwei Tage und ich freue mich, viele von euch zu sehen. Vielen Dank. Namaste.